recht herzlich willkommen zur 97 folge von towns ja letztes mal haben wir geguckt ob die rüstungen anziehen das machen sie auch mal gesehen und was war noch hier unten der streifen die beiden sind auch nicht gemacht worden keine ahnung warum da jetzt gerade nichts gemacht wird da geht jemand runter passiert jetzt was nö der holt sich ein apfel hat hunger dass man tacken schneller stellen irgendwas anderes zu tun also hier oben hatten wir auch noch eine baustelle aufgemacht da passiert gerade auch nix hier geht jetzt aber eine ach nee das war ein held klappt also auch nicht die machen gerade rüstung hier oben die lager sind voll getreide kann geerntet werden wie sieht es überhaupt mit essen aus das war der falsche den wollte ich keine brote da sechs apfel vier bieren und wird kein brot produziert einer macht hier nur mehl beziehungsweise getreide ab jetzt sind ein paar mehr da ok getreide wird jetzt wieder abgebaut ok getreide wird auch gemacht gemahlen hier unten geht keiner hin ich krieg ja gern mal ein paar mehr leute ne ja hier oben ist noch ein held mit den kleinen viechern da drin auch interessant was sollen wir hier machen da ist der friedhof kerzen sind hier überall in der linie schon mal gucken wir mal gerade nach die sind bis hinten durch das würde bedeuten wir können jetzt mal die zweite linie zu ende bauen oder das würde definitiv gehen das mache ich nicht ok da ist noch eine kerze können wir so abbauen hier geht es noch durch ja ich glaube wir machen hier noch bis davor dann und das gleiche machen wir hier auch so dann könnt ihr wieder was bauen abbauen wollte einigermaßen funktionieren das war das spiel in pause kann das sein nein der piepvogel fliegt noch wie sieht es mit essen aus ein brot ist da und passiert nichts schon eigenartig hier läuft auch nix getreide wurde schon abgebaut noch wir haben auch noch so ein bisschen radieschen ne blaue radieschen jetzt steht spiel das heißt wir haben irgendwo einen angraf zwei böse dachs oder was auch immer war bei chai ich weiß es wieder nicht mehr äh spiel laufen lassen ja wenn er da jetzt so langsam da losläuft ne dann hätte ich jetzt bald gesagt klappt das auch nicht so ne der stirbt uns da auch noch gleich weg zwischendurch muss man natürlich mal was essen ne ne er mit der blauen kugel hm er wird sterben und wenn er jetzt nochmal nach unten geht und nochmal irgendwas holen will dann ist es sowieso vorbei ne ne er hat die rüstung gemacht und jetzt ist er auf dem weg und isst was holt sie was zu essen ja er holt sie ne bierne gut dann wird er wohl doch noch überleben ok happiness wie ist die 23 von 38 nix tolles ja hm 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 Helden sind 4 da, von 6 möglichen. Die 19 können wahrscheinlich an der untersten Etage schon alle schlafen. Ne, nicht ganz. Einer muss nach oben. Oder? Ne, 24 sind's, ne? Ja. Können also alle unten schlafen. Passiert aber wahrscheinlich nicht. Hier passiert auch nichts. Und hier holen die Beeren vom Baum. Betreide ist auch gut am Laufen. Da kommt eine Karawane. Rot ist alle. Weiter laufen lassen. Gucken, wann der Herr ankommt oder die Dame. Aber das ist nur Herr, ne? In der Karawane. Da ist er. Gucken wir mal grad rein. Das bringt er uns alle mit, ne? Alles jetzt nix von Bedeutung, oder? Komm, die nehmen wir auf jeden Fall, die zwei Kerzen. Hier unten nehmen wir dann noch ein schönes Ogreite Leather Ogreite Armor. Komm, Corona. So, 91 mal und fertig. Und das Spiel laufen lassen. So, das ist auch alles hier. Was sieht denn da raus? So, das haben sie irgendwo auch reingetan. Da oben, ne? Genau. Alles klar, dann passt das ja. Läuft. Handgrät. Ja. Hier geht's in den Keller, da geht's in den Keller. Ist da denn was passiert? Nö. 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 Gar nix passiert. Auch schön, ne? Gucken wir hier mal rein. 80 Stück noch. Kerzen sind zwei Stück mit rotem Kreuz dran, ne? Also... Keine Ahnung, wo die hingestellt werden sollen. Können wir aber hier unten gerade... Schauen. Hier müsste doch irgendwo eine hin, ne? Gucken wir mal, machen wir das doch mal gerade. Deko, Kerze, Kerze. Sieben waren das. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... Na, sieben wäre da. Dann würden wir ganz einfach da die Kerze neben machen, ne? Stellen wir einfach da hin. Fertig. Oder da nicht, sondern da ist ja auch egal. So. Da sind schon alle Sachen ausgehoben. Bis auch da unten. So, die jetzt sind da. Können wir da auch noch eine Kerze hinstellen. Und da kommt die hin. Wunderbar. Die ist schon hingekommen, die Kerze. Schön, schön. Die zweite sollte jetzt da auch runter kommen. Die war schon weg, oder? Ja, genau. Wie sieht's hier aus? 49 noch. Das klappt aber auch, ne? 43, die laufen ganz gut. Hier haben sie schon alles weg. Das heißt, der Rest ist hier. Kriegt man bestimmt auch hin. 36, 35, 34. 32 glaube. Rot haben wir nicht. 30, 29. 35, 35, 29, 27. 27, 26, 25, 25. 25, 27, 26, 25, 25, 25, 27, 20, 20, 21. 19, 18, 17, 16 sowas schon, 15, 14, 12, 11, Ah, gibt noch was, neuner müssen es sein, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, und eins. Einer muss noch, oder? Ja. Den bringt keiner, der ist hier abgelegt worden, ne? Wer holt den denn jetzt? Ah, da unten, alles klar. Gott hält jetzt weg, äh, Händler nicht hält. Gut, okay. Da unten ist nichts passiert. Ich glaube, mit dem Essen hapert es auch ein bisschen dran, ne? Beim Brot. Hm. Ich glaube, wir rasieren hier nochmal alles ab, ne? Können sie da jetzt Äpfel und Birnen abpflücken. Wo sind die denn da? Okay. Ja, da ist jetzt auch blau, ne? Habe ich hier hochgezogen und dann der Räuber. Aber egal. Äh, wir haben wieder mal eine Pause. Wieder drei der Herrschaften, die uns hier was klauen wollen und wahrscheinlich auch tun werden. Da laufen sie. Fässer geholt und weg sind sie. Da machst du nix. Ja, da sitzt zwar einer, aber ich glaube, entweder die haben den sofort gekillt. Oder ich hab's nicht gesehen, wo er abgehauen ist. Da er da vielleicht hier durchgelaufen ist oder so. Keine Ahnung. Nur das ist daneben gegangen, ne? Fässer sind weg. Ne, da sind wir falsch. Wir wollten den Fass haben, das gibt's hier. Oh ne, Prepared Food Barrel. Vier Stück. Guck. Ist das ein neuer Angriff oder was? Sieht wohl so aus. Schon wieder drei von den Viechern. Hier drei laufen los. Da sind sie. Die laufen hier lang. Und haben da Fässer geklaut. Die gehen nur auf die Fässer. Bisschen schade, ne? Aber kann man auch nicht ändern. Haben wir auch schon ausgewählt jetzt. Gut. Angriffe überstanden in dem Sinne. Waren auch keine wirklichen. Äh... Brote sind jetzt zwei da. Das wird ein bisschen besser. Happiness. 24, 23 hatten wir. Aber da ist einer gestorben. Wir haben nur noch 18 anstatt 19. Na super. Gut. Okay. Können wir nicht ändern. Mal gucken, wie wir das vorantreiben hier. Dann würde ich aber sagen, soll's für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.